Guten Tag, ich bin Wolfgang Kehl von Goaling, dem System für die Unternehmensentwicklung. Arbeitsabläufe und der Neue startet durch. Endlich ist er da, der Neue. Es ist auch schon ein Arbeitsplatz vorbereitet. Oft hört man, wir rechnen mit einem Jahr Einarbeitungszeit, je nach Position bedeutet das eine weitere Investition von 50.000 Euro und mehr. Sie verlieren nicht nur die 50.000 Euro, sie verlieren auch viele neue Ideen, die von den Routinen im Unternehmen verdrängt werden. Wie wäre es die Einarbeitungszeit von einem Jahr auf nur wenige Wochen zu verkürzen? Das ist möglich. Und nicht nur das. Mit dem Prinzip der Wirkkette können Sie die Aktion an verschiedenen Stellen im Unternehmen wirken lassen. Das vervielfacht die Wirkung Ihrer Investition. Jedes Unternehmen ist anders. Es hat seine eigene Struktur, eine eigene Sprache, seine eigenen Routinen. Sind diese Zusammenhänge so aufbereitet, dass sie von dem Neuen auf Anhieb verstanden werden? In der Regel kaum. Und das bedeutet, der Neue ist bemüht, leistet aber wenig. Er belastet sein Umfeld, kann seine neuen Ideen kaum einbringen. Er hat nicht die Betriebsblindheit seiner Kollegen, doch er kann das kaum nutzen. Er ist mit sich selbst beschäftigt. Besser so. Auf der Landkarte, sprich Organigramm, zeigt man dem Neuen seine Position. Den Bereich, die Abteilung, das Team, seinen Arbeitsplatz, seine Arbeitsabläufe. Der Arbeitsplatzcheck zwei Wochen vor Arbeitsantritt. Abläufe auf dem neuesten Stand, alle Abläufe in ProZerep geschrieben, Ablaufprodukte beschrieben, Ablaufziele dargestellt. Die Arbeitsabläufe seines Arbeitsplatzes sind auf das Ablaufportal hochgeladen. Der Neue ruft Sie mit seinem Arbeitsplatzcode auf und startet durch. Langjährige Einarbeitung war gestern. Stolperkarte der Neue. Die Arbeitswelt unseres neuen Mitarbeiters ist nach unseren Regeln perfekt vorbereitet. Er ist willkommen und er spürt es. So bleiben Sie auf Erfolgskurs. Immer viel Spaß dabei. Legen Sie die Stolperkarte mehrfach so ab, dass Sie rechtzeitig vor dem Ereignis darüber stolpern. Daher der Name. Bis bald. Viele Grüße, Ihr Wolfgang Kehl. Nicht vergessen, den Goaling-Kanal zu abonnieren. Sie wollen doch nichts versäumen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020